Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum Rückblick jetzt des zweiten Spieltages. Da die Vorschau sogar einige Leute interessiert hat und ein paar Leute meinten, dass das eine gar nicht so schlechte Idee ist, dachte ich, vielleicht interessiert euch ja auch der Rückblick zu dem Spieltag. Ich versuche es etwas kürzer zu halten, damit es ganz kurz und kompakt ist und ja, es ist nicht geskriptet. Das heißt, ich labere hier einfach drauf los, dementsprechend auch Sprachfehler und so weiter werden sicherlich dabei sein. Lasst euch davon nicht irritieren, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Spiel Hannover 96 gegen Dortmund. Fand am Freitagabend statt und ja, ist am Ende 0 zu 0 ausgegangen. Manche meinten, Dortmund war relativ schlecht, wobei ich fand, dass Hannover es einfach extrem gut gemacht hat, in der Fünferkette vernünftig verteidigt, auch immer wieder Akzente nach vorne gesetzt, das heißt nicht nur hinten rumgestanden, sondern auch dann schnell über die Außen. Im Endeffekt auch als Wood eingewechselt wurde, auch immer wieder gefährlich geworden und letztendlich geht, glaube ich, dieses 0 zu 0 sogar ganz in Ordnung. Dortmund wird damit nicht ganz so gut leben können, hatte ja ein Abseits-Tor und ich glaube noch zwei Aluminium-Treffer, aber so schlecht war Dortmund jetzt nicht, wie sie teilweise da gemacht wurden. Und ja, Hannover darf man auch einfach nicht unterschätzen, hatte ich glaube ich schon in der Vorschau gesagt, dass da die Tendenz natürlich zu Dortmund geht, aber dass Hannover sicherlich auch kein zu unterschätzender Gegner hat man ja letzte Woche auch gegen Bremen gesehen beim 1 zu 1, dass man da nicht ganz einfach mit 3 oder 4 zu 0 aus der HDI-Arena rausgeht. Naja, für Hannover geht es nach der Länderspielpause in Leipzig ran, was sicherlich eine extrem harte Aufgabe wird, aber auch Dortmund empfängt zu Hause Frankfurt. Ja, das müssten sie normalerweise gewinnen, aber was ist schon in dieser Liga normal? So, kommen wir zur nächsten Partie. Am Samstag Nachmittag Hoffenheim gegen Freiburg. Da hat Freiburg das 1 zu 0 gemacht und ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht, aber letztendlich war es Hoffenheim, Hoffenheims Qualität, die da überzeugt hat, die da überwiegen konnte, letztendlich auch hochverdient mit 3 zu 1 gewonnen. Ging, denke ich, so auch für den neutralen Beobachter relativ klar noch ein Abseits-Tor in der ersten Halbzeit gemacht, was glaube ich das 1 zu 0 gewesen wäre. Das 1 zu 0 von Freiburg letztendlich war ja auch ein Abwehrfehler nach dem Standard und dann hat Dominik Heinz einfach raufgehämmert. Muss ich sagen, ja, kann man so definitiv unterstreichen. Hoffenheim war die bessere Mannschaft, hat letztendlich auch hochverdient gewonnen mit 3 zu 1. Freiburg hätte vielleicht durch die Leidenschaft einen Punkt verdient gehabt, aber ja, sie waren spielerisch nicht ganz auf der Höhe, was einfach der spielerischen Breite und Qualität des Kaders zu Schulden kommt. Hoffenheim spielt dann nach der Länderspielpause in Düsseldorf, die ja auch gegen Leipzig, wo wir später noch zu 0.1-1 gespielt haben, also nicht so einfach. Auf jeden Fall vor allem in Düsseldorf. und Freiburg dann im Derby zu Hause oder im Derby, je nachdem. Ich weiß immer nicht, ob das Freiburg-Stuttgart, ob das als Derby bezeichnet wird, sage ich jetzt einfach mal. Zumindest ist es ja das gleiche Bundesland. Ja, zu Hause gegen Stuttgart wird für Freiburg nicht einfach, aber Stuttgart hat er auf jeden Fall genauso schlecht in die Saison gefunden. Von daher ist, denke ich, da in alle Richtungen eigentlich was möglich und uns erwartet da vermutlich eine offene Partie, aber wer da verliert, ja, der ist dann mit drei Niederlagen in Folge in die Saison gestartet. So, nächste Partie, Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Überraschendes Ergebnis, im Endeffekt 1 zu 3. Wolfsburg konnte sich mal wieder durchsetzen. Klar, bei Leverkusen fehlen einige wichtige Spiele, aber nichtsdestotrotz hätte man normalerweise erwartet, dass sie sich da durchsetzen. Labbadia scheint seine Mannschaft sehr gut eingestellt zu haben. Letztendlich geht dieses 3 zu 1 auch so in Ordnung. In der Verteidigung haben sich die Leverkusener nicht sonderlich clever angestellt, ansonsten kriegt man keine drei Gegentore. Dann gab es noch einen Fehler von Özkan, glaube ich, vor, ja, ich glaube, das 1 zu 0 war es. Letztendlich war es eher zu 100% auf seine Kappe nehmen muss und ja, so startet dann auch Leverkusen mit zwei Niederlagen in die Saison. Müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen, ansonsten, ja, wird man da auch nicht zufriedener. Ich meine, Pokal kann man jetzt nicht so unbedingt hochhängen, aber da haben sie sich ja auch, glaube ich, nur 1 zu 0 gegen Pforzheim relativ knapp durch den Elfmeter durchgesetzt. Ja, also richtig glücklich ist man momentan in Leverkusen nicht. Ich hätte sie deutlich stärker erwartet, wobei Wolfsburg und Gladbach jetzt keine schwachen Mannschaften sind zum Auftakt, aber trotzdem hätte man da zumindest drei oder vier Punkte erwarten können. Und ja, mit null Punkten da zu starten ist sicherlich sehr, sehr bitter. Nächste Woche oder beziehungsweise in zwei Wochen geht es dann für Leverkusen nach München. Ja, da wird man sehr schwer was holen können, aber auf der anderen Seite können sie da ein dickes Ausrufezeichen setzen und vielleicht mit einem Punkt auch zumindest ein bisschen die Gemüter beruhigen von Rudi Völler und Co. Aber der VW Wolfsburg zu Hause gegen Hertha wird auch nicht so einfach, muss man sagen. Hertha, kommen wir auch später noch zu, auch gut in die Saison gestartet für Wolfsburg, aber sechs Punkte aus zwei Spielen, die dürften erstmal ziemlich glücklich und erleichtert sein, dass das so jetzt gut erstmal funktioniert hat. Mal schauen, ob sie daran anknüpfen können. Ebenfalls dazu parallel lief Frankfurt gegen Werder Bremen und das war echt eine irrsinnige Partie. Erst das 1-0 von Osako, zurückgenommen, wurde dann im Endeffekt dann doch gezählt. Wilhelms, der sich eine absolut unnötige rote Karte abholt, das war so stumpf. Wie man in der 30. Minute so ausrasten kann, ist für mich unverständlich. Vor allem als Bundesliga-Profi sollte man da ein bisschen mehr Seriosität an den Tag legen. Aber gut, letztendlich trotzdem Frankfurt nochmal zurückgekommen. Hätten sich vielleicht auch diesen 1-1-Ausgleich oder das 1-1-End-Ergebnis im Endeffekt erkämpft oder durch das Erkämpfen verdient gehabt, aber gut, dann kriegt man in der 96. noch Elfmeter. Da haben sich dann viele aufgeregt. Ja, warum gibt es sieben Minuten Nachspielzeit? Ich meine, Pavlenka lag, glaube ich, fünf Minuten am Boden. Dann ist es logisch, dass es auch so viel Nachspielzeit gibt. Das hätte mich gewundert, wenn es nicht so viel gegeben hätte. Wunderbarer Freistoß. Ich glaube, in der 96. Minute zu gewinnen. Für Bremen extrem geil, für Frankfurt extrem bitter. Und für Frankfurt geht es dann in zwei Wochen nach Dortmund. Das wird auch nicht sonderlich einfach. Man hat ja schon drei Punkte durch das Spiel am ersten Spieltag gegen Freiburg im Gepäck. Trotzdem ist man in Dortmund nicht in der Pflicht, aber zumindest möchte man sich dann wieder noch oder noch besser präsentieren und vor allem ein bisschen disziplinierter. Was man aber irgendwie das Gefühl hatte in den letzten Jahren, es war immer wieder Frankfurt, die mal immer wieder solche kurzen oder kleinen Ausraster hatten. Aber das ist gar nicht negativ gemeint, aber es ist halt so. Und unglaublich unnötig für die Frankfurter, da einen Spieler zu verlieren. Ansonsten mit 11 gegen 11 hätten sie sicherlich noch bessere Chancen gegen Bremen gehabt. Und die Werderaner dann spielen in zwei Wochen zu Hause gegen Nürnberg. Aufsteiger und ja, kann man gewinnen und sie haben den Anspruch, das zu gewinnen und ist sicherlich auch nicht im Bereich des Unmöglichen. So, kommen wir zur nächsten Partie. Das ist Augsburg gegen Gladbach, die ebenfalls noch am Samstag um 15.30 Uhr stattfand. Letztendlich ein 1 zu 1, was für Gladbach fast noch schmeichelhaft war. Ja, der Neuzugang hat den Ausgleich erzielt, aber Augsburg hatte noch ein paar richtig fette Chancen. Um das zu gewinnen, muss man auch den Hut ziehen, wie da vor den Fuggerstädtern, die jetzt mit vier Punkten in die Saison gestartet sind. Keine zwei leichten Spiele in Düsseldorf, also beim eigentlich euphorisierten Aufsteiger. Und dann zu Hause gegen Gladbach, also da vier Punkte Hut ab. Und das machen die einfach wieder richtig stark. Und Finn Burgasson ist verletzt, also da kann man nichts anderes sagen als Hut ab vor Augsburg, Gladbach. Auch mit vier Punkten jetzt reingestartet gegen Leverkusen und in Augsburg. Sagt man auch, ja, ist nicht so einfach und dementsprechend werden die mit den vier Punkten auch leben können. Ich hätte mir ein bisschen mehr noch erhofft von Gladbach, aber gegen Augsburg ist es eben extrem schwer zu bestehen und deswegen werden sie damit auch gut leben können. Und zumal jetzt auch Plea getroffen hat und sich vielleicht mit Selbstbewusstsein jetzt etwas mehr noch nach vorne spielen kann. Für Augsburg geht es dann nach Mainz in zwei Wochen und Gladbach zu Hause gegen Schalke. Das ist ja wieder ein ziemliches Top-Spiel. Ich glaube, das ist dann auch am Samstag wieder um 18.30 Uhr. Also nach Leverkusen zu Hause, Schalke zu Hause für Gladbach nicht so einfach. Aber da ist es wichtig, dass sie jetzt schon vier Punkte haben. So, dann das letzte Samstagnachmittagsspiel. Nürnberg gegen Mainz. Mateta hat getroffen zum 1 zu 0. Ischak dann mit einem wunderbaren Hammerschuss zum 1 zu 1 ausgeglichen. Nürnberg hatte sogar, glaube ich, noch die Möglichkeit zu gewinnen, aber das war eine Partie, die in beide Richtungen hätte fallen können. Letztendlich dieses 1 zu 1, wohl auch für beide okay. Nürnberg hätte sich gerne mit einem Heimsieg zurückgemeldet, aber ja, auch damit werden sie leben können. Denn Mainz ist eben auch ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Eine absolut abgezockte Erstliga-Truppe. Von daher können sie da froh sein, auf jeden Fall auch das 1 zu 1 noch erzielt zu haben. Das kann auch gerne mal dann mit 0 zu 1 zu Ende gehen. Und ja, deswegen letztendlich. Wer den Ausgleich erzielt, ist ja im Prinzip immer ein bisschen psychologisch im Vorteil. Auch wenn Nürnberg, wie gesagt, das sogar noch hätte gewinnen können. Für Nürnberg geht es dann nach Bremen in zwei Wochen und Mainz, wie eben gehört, zu Hause gegen Augsburg. Kommen wir dann zum Topspiel des zweiten Spieltages. Stuttgart gegen Bayern. Ja, Topspiel war schon im Vorhinein ein bisschen fragwürdig, wie oder inwiefern das ein Topspiel werden kann. Eben, Bayern ist gut in Form. Hat man ja erwarten können, auch wenn es gegen Hoffenheim in der zweiten Halbzeit ein bisschen brenzlig wurde. Aber gegen Frankfurt im Supercup meinten sie ja oder haben sie ja schon gezeigt, was sie eigentlich können. Und dementsprechend meinte ich auch, kann man davon ausgehen, dass Bayern das gewinnen wird. Dieses 3 zu 0 ist richtig happig und hätte vielleicht noch höher ausgehen können. Stuttgart hatte zwar ein paar kleinere Nadelstiche, aber letztendlich viel zu harmlos. Und ja, schade für Stuttgart und ein bitterer Saisonstart. Da würde ich jetzt noch nicht die Nägel in den Sarg hämmern wollen und sagen, ach Stuttgart, für die geht es wieder runter. Aber man hätte sich irgendwie anders zu Hause präsentieren müssen. Letztendlich sehr enttäuschend. Und jetzt ist man in zwei Wochen in Stuttgart, in Stuttgart, nein, in Freiburg schon dazu ja fast verdonnert, die drei Punkte zu holen. Ansonsten mit einem Punkt aus drei Spielen und das DFB-Pokal aus und Runde 1 wäre dann für Taifung Korkut kein guter Einstieg. Bayern spielt zu Hause gegen Leverkusen. Wenn sie die Leistung so an den Tag bringen wie gegen Stuttgart, dann dürfte da auch nicht viel anbrennen. Aber Leverkusen ist ja auch nach dem schlechten Saisonstart dazu verpflichtet, sich besser zu präsentieren. So, kommen wir dann zum Sonntagsspiel. Das frühe Sonntagsspiel Leipzig gegen Düsseldorf. Nach 1-0-Führung hat Düsseldorf noch das 1-1 gekriegt. Aber trotzdem werden sie mit dem 1-1 deutlich besser leben können als Leipzig, die ja im Großen und Ganzen enttäuscht haben. Friedhelm Funkel hat mal wieder bewiesen, dass er es drauf hat und auch mit einer Mannschaft, die eigentlich deutlich unterlegen ist, alles rauszuholen. Denn letztendlich, wie gesagt, dieses 1-1 Hut ab, Respekt davor. Ich dachte, Leipzig schießt sich da ein bisschen den Frust von der Seele vom 4-1 gegen Dortmund. Aber hat nun mal nicht funktioniert. Und ja, da muss sich Rangnick dann aufragen, wie es dann in zwei Wochen zu Hause gegen Hannover weitergehen wird. Da sollte man auf jeden Fall gewinnen, ansonsten muss er sich vielleicht selber noch rausschmeißen. Und Hoffenheim wird in Düsseldorf zu Gast sein. Ja, für Düsseldorf nicht ausgeschlossen, da zu gewinnen. Aber es wird extrem schwer. Aber es wurde auch extrem schwer in Leipzig und da haben sie einen Punkt geholt. Vielleicht dann zu Hause, ich sage jetzt nicht, den Namen dieser Arena von Düsseldorf. Den könnt ihr selber rausfinden oder wisst ihr wahrscheinlich. Der ja ziemlich kurios ist. Aber gut, 1-1 hier bei Leipzig gegen Düsseldorf und im Endeffekt glaube ich auch verdient. Düsseldorf hat es einfach gut gemacht. Und das letzte Spiel des Spieltages. Schalke 04 gegen Hertha BSC 0-2. Wie in der Prognose schon vorhergesagt, hat Hertha 2-0 gewonnen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Aber Schalke ist wenig eingefallen gegen heftig gut stehende Herthaner, die auf Konter gebaut haben nach der 1-0-Führung. Schalke noch einen Elfmeter verschossen in der 13. und zwei Minuten später kriegt man das 0-1. Da ist das Selbstvertrauen und ja, die gute Laune erstmal dahin. Zumal man ja am ersten Spieltag schon gegen Wolfsburg verloren hat. Und dann hat es Hertha einfach wieder klasse gemacht. Taktische Meisterleistung von Pal Dardai. Traumtor von Duda, der überragend gespielt hat. Und ja, so gewinnt man dann 2-0 auf Schalke. Und man kann sich auf jeden Fall als Herthaner sehr glücklich schätzen. 3-0 Tore und 6 Punkte nach 2 Spielen. Werte damit gerechnet. Und für Schalke geht es dann in 2 Wochen nach Gladbach. Was auch nicht einfacher wird mit 0 Punkten vor allem. Da hinzugehen und Hertha empfängt den VfL Wolfsburg. Beziehungsweise nein, Hertha fährt nach Wolfsburg. Wo aber sicherlich sehr viele Herthaner dabei sein werden. Und es sind 2 Teams, die beide Spiele gewonnen haben. Wird also auch spannend. Aber dazu dann in der Bundesliga-Vorschau zum 3. Spieltag mehr. Das war es dann. Jetzt der Rückblick zum 2. Spieltag. Eigentlich könnte ich jetzt im Hintergrund nochmal Klatschen einfügen. Dafür, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben. Nach 2 Bundesliga-Spieltagen. Aber ich lasse es einfach. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und ja, vielleicht kommt der Rückblick ja ähnlich gut an wie die Vorschau. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020